Ab dem 1. Dezember 2019 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Herne. Das im Jahr 1900 erbaute Haus verfügt über 4 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 635 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Grazie. Grazie. Bis zum nächsten Mal.